In diesem Video geht es um die besten Wanderstöcke. Der Qualitätssieger in unserem Wanderstock-Test geht an den Atacama Wanderstock. Der ergonomisch geformte Griff aus echtem Kock absorbiert Schweiß und passt sich der Handform an. Die E-Vergriff-Verlängerung sorgt für schnelles Umgreifen bei wechselndem und steiler werdendem Terrain. Fester Halt in jeder Hanglage, dank des Dual-Grip-Systems. Die stufenlos verstellbaren Handschlaufen sind gepolstert sorgen für angenehmen Tragekomfort ohne Reibung. Die mitgelieferte Tasche ist wasserfest und groß genug, damit du deine Stöcke plus Zubehör easy reinpacken kannst. Danach einfach 1-4 Mal zusammenrollen. Anschließend noch die Verschlussklemmen zusammenstecken und fixieren. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Effekt-Wanderstock. Die Effekt-Manufakturstöcke zum Walken sind dabei der sichere Rückhalt für uneingeschränktes Genießen neuer Eindrücke und Erlebnisse. Von der Form der Kork-Griffe über die innovative Materialzusammensetzung bis hin zum Gummipuffer. Der klassische Wanderstock wurde neu erfunden und jedes Detail optimiert. Ein nie dagewesenes Wandererlebnis. Kein Wanderpfad direkt vor dem Haus. Kein Problem. Die Trekking-Stöcke können schnell auf eine Länge von 53 cm zerlegt werden und sind mit nur ca. 225 Gramm je Stock ultraleicht. Einfacher kann Transport nicht sein. Die Walking-Stöcke entlasten ihre Gelenke durch Federung und sind ergonomisch optimiert, damit sie sich stets frei bewegen können. Ihre Gesundheit ist die Priorität. Ohne Verletzungen zum nächsten Ausflug. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Wanderstock-Test ist der Glymnis Wanderstock. Der Wanderstock ist gefertigt aus einer leichten 7075-Alu-Legierung mit einer der höchsten Festigkeiten, wie sie üblicherweise in der Luftfahrt verwendet wird. Durch eine Oberflächenbehandlung wird eine Schutzbeschichtung gegen Korrosion erzielt. Mit zwei Schutzkappen, zwei Asphaltpads, zwei kleinen Schraubtellern für Trekking, zwei Schraubteller für Schnee und zwei S-förmige Schnallen bieten Ihnen vollständige Unterstützung. Die gefaltete Länge beträgt nur 36 cm und die ausgeklappte Größe kann 110 bis 130 cm erreichen, geeignet für Personen mit einer Körpergröße von 160 bis 198 cm. Der Außenklemm-Mechanismus lässt sich sehr schnell mit wenig Kraft verstellen und sorgt für einen sicheren Halt der Segmente, sodass die Rohre bei starker Belastung nicht in sich zusammenrutschen. Angenehmer Handgriff aus hochdichtem Eva-Schaum, im Winter nicht kalt, saugt im Sommer den Schweiß auf. Die atmungsaktive Handschlaufen dienen als Sicherung und Unterstützung für die Handhaltung. Sie nehmen die Belastung auf und ermöglichen so einen flüssigeren Bewegungsablauf, die Dämpfung sorgt für eine Schonung der empfindlichen Handgelenke. Schultern und Ellbogen werden auch weniger belastet. Die Spitze besteht aus Wolframstahl und gibt guten Halt speziell auf unebenem, felsigem Gelände, da sie auf nahezu allen Untergründen greift und extrem reibungsfest ist. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.